Bhu Namaskari Yoga Mudrasana ist eine Stellung, um dich sehr mit der Erde zu verbinden. Von der Lotusposition ausgehend, Padmasana oder einer anderen kreuzbeinigen Sitzhaltung ausgehend, beuge dich nach vorne und gib dabei die Handflächen auf den Boden. Bhu Namaskari bedeutet Ehrerbietung an die Erde. Bhu ist die Erde, Mutter Erde, die Erdgattin. Und Namaskar ist Ehrerbietung an. Du verneigst dich also aus einer kreuzbeinigen Stellung zur Erde hin und fühlst dich mit der Erde verbunden.